Hey ihr Lieben, ich bin Max Mutzke und ich habe diese Postkarte, dieses Geschenk bekommen aus Sachsen, hier in den Schwarzwald. Lieber Max Mutzke, du bist nicht der schönste, der schlauste und der beste Mensch der Welt, sondern auch der beste, der schlausten, der schönste Mensch der Welt. Mein Gott, das ist so zutreffend und es kommt von der lieben Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Also die Verpackung lässt sich ein bisschen vermuten. Oh, wow, das ist aber wirklich schön und der passt sogar sehr, sehr gut in den Schwarzwald. Also so geht sächsisch. Euer Max Mutzke, vielen Dank für dieses Geschenk in den Schwarzwald. Ganz, ganz liebe Grüße zurück und schöne Weihnachten.